Hallo liebe Kinder, es ist wieder AWO-Geschichtenzeit und heute hat euch das AWO-Linchen die Geschichte vom himmelblauen Schluderwutz mitgebracht. Elli, Elli, wie sieht es denn hier wieder aus, seufzte die Mama und sah sich mit gerunzelter Stirn im Kinderzimmer um. Überall auf dem Fußboden verstreut lagen Puppen und Teddys, Zopfspangen und Strümpfe, Bausteine und Buntstifte. Unter dem Schrank lugten ein Stiefel von Elli und ein Puppenschuh hervor. Auf dem Schreibtisch lagen zwei braune Apfelputzen neben einer Pfütze Orangensaft und auf der Fensterbank klebte sogar ein angelutschtes Bonbon. Wie kann ein kleines Mädchen nur so viel Unordnung machen, fragte Mama traurig. Elli zog ein langes Gesicht. Aber das war ich doch gar nicht. So, das warst du nicht? Elli verknotete die Finger hinter ihrem Rücken, sah zu Boden und schüttelte mit dem Kopf. Und wer soll es dann gewesen sein, wollte die Mama wissen. Vielleicht der Papa oder die Oma oder sogar ich? Es war das himmelblaue Schluderwutz. Mama schnappte nach Luft. Das was? Eifrig nickte Elli. Das himmelblaue Schluderwutz. Es kommt jede Nacht und wirft hier alles durcheinander. Wirklich. Das reicht, Elli. Mamas Stimme klang jetzt sehr streng. Du räumst sofort dein Zimmer auf. Damit ließ sie Elli in dem bunten Durcheinander allein. Lustlos machte sich Elli ans Aufräumen. Langsam wie eine Schnecke kroch sie durchs Zimmer, hob hier einen Strumpf auf und dort eine Puppe, legte einen Buntstift auf den Tisch und warf einen Apfelputzen in den Papierkorb. Autsch! schallte es plötzlich hohl unter dem Schreibtisch hervor. Wie angewurzelt blieb Elli stehen. Sie bückte sich und lugte unter den Tisch. Nichts. Sie zuckte mit den Schultern, warf den zweiten Apfelputzen in den Papierkorb und da, wieder. Autsch! Der Papierkorb wackelte, schwankte und fiel schließlich um. Unter einem Berg von zerknülltem Mahl- und Bonbonpapier kroch ein wuscheliges, blaues Etwas hervor. Es sah aus wie ein Teddy auf Froschfüßen mit Kullerbauch, sehr langen Armen und lustig abstehenden Pinselohren. Es richtete sich auf, stemmte die Fäuste in die Seiten und sah Elli aus weit aufgerissenen Augen vorwurfsvoll an. Warum bewirfst du mich mit Apfelputzen, hä? Wie zuvor die Mama schnappte jetzt Elli nach Luft. Ich, ich muss hier aufräumen, stammelte sie. Aber wer bist du denn? Na, wer schon? Das himmelblaue Schludermutz natürlich. Du hast doch deiner Mama eben selbst von mir erzählt. Ja, aber... Verlegen trat Elli von einem Fuß auf den anderen. Das war doch gelogen. Es gibt dich doch gar nicht. Na, hör mal, empörte sich das Schludermutz, sieht es etwa in deinem Zimmer so aus, als ob es mich nicht gibt? Pass mal auf. Und ehe Elli etwas sagen konnte, hüpfte es aufs Bett, kletterte am Regal hoch und warf mit beiden Händen sämtliche Bücher hinunter. Von dort schwang es sich zum Schrank, zog die Schubladen heraus und ließ Ellis Blusen, Röcke und Hosen in hohem Bogen durch die Luft fliegen. Weiter ging es zum Fenster, wo es an der Gardine schaukelte und mit den Füßen bei jedem Schwung einen Blumentopf umstieß. Es kicherte und rief, da staunst du, was? Ich bin ein ordentliches Schludermutz und sorge gewissenhaft für Unordnung. Aufhören, rief Elli, bitte, bitte, aufhören. Das Schludermutz hielt inne. Wieso? fragte es. Du hast mich doch erfunden, damit ich hier alles durcheinander bringe. Und plötzlich willst du mich nicht mehr? Nein, also ja, eigentlich schon, ich meine... Hilflos hob Elli die Schultern. Verstehe schon, sagte das Schludermutz beleidigt. Du willst die ganze Unordnung am liebsten selbst machen und mich nur als Ausrede benutzen, stimmt's? Es hockte sich auf die Fensterbank, ließ die Froschfüße baumeln und wackelte mit den Pinselohren. Aber daraus wird nichts. Du hast gesagt, die Unordnung macht das himmelblaue Schluderwutz und da bin ich nun. Jetzt wohne ich bei dir und mache jeden Tag fleißig meine Arbeit. Ich schludere, was das Zeug hält und bringe alles in schönste Unordnung. Du wirst sehen. Aber das geht nicht, sagte Elli verzweifelt. Ich mache doch schon Unordnung für zwei, sagt meine Mama. Wenn du nun auch noch hier herumschluderst, wer soll das denn am Ende alles wieder aufräumen? Das Schluderwutz zuckte mit den Schultern. Tja, das hättest du dir vorher überlegen müssen. Nun ist es zu spät. Zur Bekräftigung hüpfte es von der Fensterbank auf den Schreibtisch und warf die Buntstifte wie Pfeile an die Wand, wo sie bunte Spuren hinterließen. Nein, rief Elli, hör sofort auf damit. In ihren Augen glänzten Tränen. Schnell sammelte sie die Buntstifte auf und steckte sie ordentlich mit den Spitzen nach oben in einem Becher. Das Schluderwutz verweilte mit erhobenem Arm und beobachtete Elli misstrauisch. Es kniff die Augen zusammen und fragte, was machst du denn da? Das siehst du doch, ich räume auf, erwiderte Elli. Gleich kommt Mama zurück und dann wird sie fürchterlich schimpfen und ganz traurig sein, wenn es hier so aussieht. Elli beeilte sich mit dem Aufräumen, wie sie sich noch nie zuvor beeilt hatte. Sie sammelte Schuhe, Strümpfe und Zapfspangen auf, sortierte die Bücher ins Regal, setzte die Puppen und Teddys aufs Bett und legte ihre Kleider in den Schrank. Auf dem Schreibtisch krümmte sich das Schluderwutz bei ihrem Treiben und bettelte nun seinerseits. Aufhören, bitte aufhören, mir wird ganz schlecht, wenn ich sehe, wie du Ordnung machst. Das ist grausam, es tut weh, aua, aua. Erschrocken hielt Elli inne. Das Schluderwutz tat ihr sehr leid. Es konnte ja nichts dafür, dass es hier in ihrem Zimmer gelandet war. Im Gegenteil, eigentlich war es allein Ellis Schuld. Doch was sollte sie jetzt mit ihm machen? Ich habe eine Idee, sagte Elli schließlich. Wenn du willst, kannst du ja wieder im Papierkorb wohnen. Ich verspreche dir auch, nie wieder Apfelbutzen hineinzuwerfen. Und so kam es, dass es von nun an in Ellis Zimmer meistens ordentlich und aufgeräumt aussah. Nur manchmal beugte sich Ellis Mama unter den Schreibtisch und wunderte sich. Hast du schon wieder den Papierkorb umgestoßen, Elli? Und während sie kopfschüttelnd das zerknüllte Mal- und Bonbonpapier aufsammelte, beeilte sich Elli, den Papierkorb mit den Füßen ganz, ganz tief unter den Tisch zu schieben. Das war die Geschichte vom himmelblauen Schluderwutz. Geschrieben und gelesen von Judith Ott. Das war die Geschichte vom Himmelblauen Schluderwutz. Und wenn du es bist, dann war es so. Vielen Dank.